Ja, hier sind wir doch gleich. Gucken wir mal. Easy, oder? Ist doch immer das gleiche mit euch hier hinten. Na, ist doch geil. Dann müssen wir mal ZP11 machen. Ja, ich geh lieber zum Schluss vom Raid hier hin, weißt du? Die FPS-Zahlen, das ist doch nicht normal, Alter. Willst du mich doch bearschen? Das wird ja immer schlimmer. Ach ja. Ey, 30 FPS, Alter, willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Hier ist doch nichts Besonderes. Vor allen Dingen jetzt, es wird immer schlimmer. Es blimmert jetzt regelrecht nur noch. Ja, stellen danach mal den Sound aus, dann starten wir das Spiel neu. Ah, das Spiel neu starten. Hast du nicht vorhin gesagt, wir müssen ab und zu mal das Spiel neu starten? Ja, nach einer Weile ist das schon ratsam. Wir haben ja jetzt schon eine Weile gespielt. Boah, ey, es ist nicht zu ertragen, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin in der blauen Fontäne. So, oben ist offen. Ey, ich bin in der Hütte, Junge. Jetzt geht's langsam hoch, jetzt bewege ich mich nicht mehr auf 100. Ey, das ist doch bescheuert, Alter. Jetzt wieder auf 30, sobald ich einen Fuß bewege, Alter. Leck mich doch. Vor allen Dingen, wenn ich eine scheiß Grafikkarte drin hätte, könnte ich sie auch noch verstehen. Oh, ey, da wird's mir schwungrig vor Augen. 30 auf der S, die sind noch nicht ganz glatt, Alter. Ey, 28, sobald ich mich bewege. Ich kann da gar nicht hingucken. Wie besoffen, ja. Ja. Das ist doch nicht... Nicht in ihr Ernst. Medizinlagerschlüssel, wo ist das denn? Interchange, oder? Tankstelle. Oder ist das so komischer... Ultra, Ultra... Ja, das ist Interchange, ja. Der Teure. Echt jetzt? 2 Mülle. Was? Später, ja. Scheiße, ich muss raus. Das ist der Schlüssel, weswegen sie den Strom anmachen, Alter. Aber im Gamma nützt ja doch auch was. Ja, ja. Ich kann's doch nicht spielen. Nee, das ist so... Wir gehen jetzt raus und dann starten wir mal neu. Sound umstellen, neu starten, fertig. Muss ich mich wieder an einen neuen Sound angewöhnen? Ist nicht anders, also ich hab da jetzt keinen großen Unterschied. Okay. Gar nicht eigentlich. Und vor allem, wie das aussieht. Ja, das ist alles gelootet. Bist du das? Alter! Wir sehen! Reicht doch. Alter! Ich hab doch gesagt, ich bin in blauem Container. Okay. Ich hab nicht zugehört, muss ich ehrlich. Und wie das auch aussieht? Ja. Ja. Es ist noch... Kommt auf den Durchpunkt zu den Waggons. Auf der anderen Seite ist Gav. Oben am LKW. Läuft... Ja, nee. Er steht jetzt links vom LKW. Oben. Läuft wieder Richtung Tor. Oder... Ja, nee. Richtung Garagenhinter ist er jetzt absolut gut. Ach nein, ja. Ey. So macht das keinen Spaß hier. So, ich hab ihn getroffen. Die Wand ist rot geworden. Aber er lebt noch. Ja. Ja, dann gehen wir direkt rüber, oder? Ja. Heilig. Ich lauf nicht wieder als Erster. Ich geh vor, komm. Raus oder halt... Oder halt den einen Ding noch holen, aber ich bin noch oben. Ja, den Sniper. Ja, ja, den Sniper noch. Nee. Nee, vorne an den Container. Den Container, aber der muss nicht sein, ne? Ich bin froh, wenn ich rauskomme, wenn ich wirklich so mehrvollen Schlüssel habe. Nee, dann wollen... Ach so, Drogenbuden. Na, gehen wir wieder den Weg hinten, ne? Den wir vorne hier Richtung Old Gas. Ja, wissen wir, ja. Der Construction und dann Old Gas meinst du, oder was? Hm. Oh, ey. Ich halt das nicht mehr aus. Warum ist das jetzt auf einmal schlagartig so beschissen? Keine Ahnung. Denkt an der Sniper oben. Also das wurde vorhin schon ein bisschen verkackt. Das hat vorhin schon ein bisschen geflimmert, aber jetzt ist das ja schlagartig richtig kacke geworden. Hatten. Okay. Sehr schön. Mit eben Schuss, alter. Schönes Ding. Gott sei Dank, ey. Der geht wohl auf den Schack. Schalava! Da kriegst du ihn ja eingeklinkt. Ja. Das ist nicht normal, ey. Vorher ist schon mal kein TMC. Sonst wäre er wieder weg gewesen. Boah, Alter. Ich halt das nicht mal aus. Oh, ey. Noch einmal raus. Dann starten wir neu alles. Wir müssen das noch schaffen. Es geht so auf die Augen, Alter. Dieser Scheißer. Aber hast du das einfach nicht hingekriegt, ne? Wir haben jetzt wahrscheinlich alle nicht unbedingt die Holzklasse Rechner. Ja. Ich spiele mit einer 1080. Ich habe ja meine 70, 80 FPS. Dann verstehe ich das nicht. Das ist ja das Komische. Das verstehe ich nicht, Alter. Ja, das ist Tag auf selber. Das ist einfach. Ich glaube auch, das ist, weiß ich nicht, ob die das vielleicht schon noch nicht oft für die neuen Grafikkarten optimiert haben, oder was? Ich weiß es nicht. Da haut sich der Speicherfall irgendwann. Aha. Dann geht nichts mehr. Ich musste gestern den Rechner komplett neu starten. Komplett stehen geblieben alles hier. Da ging nichts mehr. Alter. Es wurde auch zusehends schlechter. Also mit der Zeit irgendwie ist es jetzt. Und jetzt hat es hier verschlägt zum fassen Boden aus. Also so beschissen. Das kannst du ja keinem anbieten, Alter. Das kann sich ja keiner angucken. Geschweige denn spielen, Alter. Wenn es hier zum Feuergefecht kommt, bin ich tot, Alter. Klar. Ich hoffe ja, wir kommen raus. Mhm. Gehen wir Old Guest lang oder unten lang? Na, Old Guest. Erst mal gucken, ob es offen ist. Ja, gucken, ob es offen ist. Dann müssen wir hinten ZB012 oder so. Also hier lang, ja. Ja, hier direkt über die Mauer springen. Scheiße. Dann gucke ich allerdings tatsächlich eventuell noch in den Container, wenn es zuvor nicht geht. Oh Gott. Du hast den Schlüssel. Da warten wir hier im Wasserhalter. Oh, oh, oh. Na, ich muss mit. Ich muss den auch. Ach, du musst den ja auch. Stimmt. Ja, ich hab die auch. Hast du die Quest schon? Ja, gut, dass du sagst. Komm, da rüber, das jetzt hier. Scheiß drauf. Ich geh hier in die Halle mal rein. Ich versuche mal aufzusperren. Mhm. Aber siehst du, ich hätte mir den Schlüssel auch holen können. Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt direkt. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich brauche es. Okay. Und an der Schabbi hat ja noch was. Komm rein, ja. Ja. Du bist hier drin schon, ne? Ja, ja, ja. Du bist ja mit zwei Waffen. Ja. Genau. Kommen wir auch rein? Ja. Kommen wir rein? Ja. Wir warten einfach kurz hier. Auf was? Ja, der ZB-12 wäre noch interessant, ob wir da rauskommen. Na ja, ZB-12, da ist noch ein bisschen Schießerei da vorne. Ne, das war drüben, würde ich sagen. Das war drüben hier, Richtung Danke. Das weiß ich halt. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also drüben, Checkpoint, Tanker würde ich sagen. Ah ey, ich muss raus. Ich kann das nicht mehr ertragen. So, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir auch noch mit, das nicht. Wo seid ihr denn jetzt schon unterwegs? Ist schon wieder raus? Ich bin da drin. Ich bin draußen. Mats ist gerade raus. Oh, ich muss essen. Na ja, mach langsam. Ich bin hier in diesem Bombentrichter, wo dieser Stash ist. Wo der Stash ist, das dachte ich mir. Ich komme runter, gerutscht. Sniper ist keiner da. ZB-12, ich gucke ob der offen ist. Boah, ich komme hier nicht. Was? Nicht offen? Ich weiß es nicht. Ich gucke. Oh, bitte sei offen, Alter. Ich gehe hier in den Arsch, Alter. Ich kann nicht mehr. Das Licht ist aus. Also es sieht nicht so gut aus. Aber ich gucke trotzdem mal. Nee, ist nicht offen. Scheiße. Also noch eins weiter. Das schaffen wir auch noch. Boah, ich kann nicht mehr. Ich erschieße mich gleich selbst hier. Nein. Nein, wir schaffen das. Ich komme wieder hoch. Erst Sound-Ipe umstellen. Dann neu starten. Das ist ein Wunder. Was meinst du? Probier es mal aus. Ich kann es auch zurückstellen. Jederzeit. Ich habe wohl zu viel Munition, oder was? Kann ich sagen. Jetzt schon deaktivieren. Im Spiel. Nee. Weiß ich nicht. Aber das zählt ja erst nach Neustart. Ach so. Das ist so belastend, Alter. Das kann nicht sein. 30 FPS, Alter. 30 FPS? Ich glaube es ja. Ja. Das verstehe ich nicht. Warte. Ich habe hier... Na gut. Ich habe hier 83, 81, 85. Ja. Naja, wenn ich es jetzt anmache und hier hocke mich. Ich bewege nämlich auch so an die 100. Na gut. Das ist doch okay. Ja, aber wenn ich mich bewege, bricht es schlag auch nicht 1 auf 30 oder 825. Also wenn ich mich hier drehe? Ja, 76, 79. 75. Also die 1080 war nicht so krass. Die hatte nicht so krasse Differenzen wie jetzt hier die 3090. Also hier hast du richtig extrem krasse Einbrüche. Du hast manchmal so 120 FPS. Mhm. Und dann geht es aber schlagartig runter auf 40 oder 60. Also das merkst du richtig krass, Alter. Das wundert mich überhaupt, dass hier so gut läuft. Was ist die Karte? Ich habe jetzt keine vollen... Naja, die 1080. Mhm. Ich habe jetzt keine vollen Details drin, den brauchst du aber auch nicht. Also ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Ob ich das mit richtig viel Details und so spiele oder mit wenig, das macht keinen Unterschied. Das zieht nur mehr Leistung. Naja, nicht immer. Du merkst das gar nicht. Das waren vielleicht 3-4% mehr. Also ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Ich habe jetzt 70, 80 FPS, aber ich kaufe schon auch keine neue. Du kommst um die Skeptplayer ins Game. Jaja, ich weiß. Achso, wollen wir mal los? Wenn es los geht. Wenn es los geht, geht es los. Ach, mir ist egal. Können wir mal los machen, oder? Ja, kann. Zur Not holen wir es halt nochmal. Ah, nee, zur Not. Aber es muss ja nicht. So. Wer läuft noch hier drüben rechts? Ich bin schon raus. Okay. Ich gehe auch hier drüben raus. Auf der Seite. Boah. Ich sehe nichts. Mal noch einen Blick. Nach der Wand gleich rechts rum gehen am besten. Unser Tor, auch die Lücke, sieht frei aus. Bei der Feeding Pipe oder was das da ist. Schaut es gut aus. Gehen wir gleich rechts nach der Mauer. Ja, muss einer von euch mal vor. Also ehe ich checke, dass da einer ist, bin ich tot. Er ist da. Das darf er machen. Er hat keine Cress. Achso. Mir ist das egal. Hier sagt man nichts. Es geht mir so hart auf den Trichter, Junge. Ja, 80, 90 Schautschule, ja. Es kann noch nicht sein, dass das so krass einbricht, aber das kann es doch gar nicht geben. Das ist doch alles voll, hier war noch keiner. Absolut unspielbar. Hier unten, was ist hier? Mhm. Okay. Ich meine, die nächste hat ja auch noch reingepunkt. Vielleicht hat die auch noch keiner gelootet. Mhm. Ziehen die dann hin? Weiß ich nicht. Vielleicht raus. Die waren vielleicht voll. Mhm. Wer rennt? Seid ihr weitergelaufen schon? Ah ja. Ja. So. Ich bin mir nicht sicher, ob da jemand drin ist. Ich hör was Steppen da drin. Ja, da ist jemand drin. Bist du tot? Bist du tot? Sorry, das war glaube ich nicht. Ist egal. Ich mach schon mal den Ausgang auf. So, ich geh runter. Wo bist du, Matze? Wo bist du, Matze? Ich komme. Ja, wo? Wo seid ihr dort? Ich komme. Ausgang. Also wir sind zum Exit. Wir sind zum Exit. Da passt auf, dass einer drin ist. Ausgang ist offen. Ja, ich laufe einfach an den Fenstern drüber. Ja, ja. Ich fließe durch die Fenster. Treffen wir aber nicht. Ja, ich komme raus. Lauft, lauft, lauft. Einfach laufen. Die waren zu blöde zum Treffen. Uh. Die waren zu blöde zum Treffen. Oh, geil. War das gut getroffen trotzdem. Ja. Wo ich die Rüstung an hatte. War das bloß ein oder zwei? Ich glaube zwei. Ich hab mal reingeguckt. Ich hab wieder nichts gesehen. Aber bei mir filmen wir es ja nur. Ich hatte alle Bälle ordentlich geknallt. Alter Schwede. Die Treckspringen. Ich hab noch mal da drin.